Heute wieder Labos Crazy am Start und mal wieder mit einem neuen Video am Start. Und auf jeden Fall mache ich heute ein Q&A und ich habe jetzt fast 30 Fragen, glaube ich. Ja, fast 30 Fragen. Die erste Frage ist von einer Person. Die Person heißt... Weiß ich nicht. Drehst du Pranks? Nein. Machst du Challenges? Ja, mit guten Freunden. Wie heißt du auf Instagram? Oder hast du Instagram so? Ja, ich habe Instagram und ich heiße halt... La... Also L-A-C-R-A-Z-Y-Boss. Aber alles klein halt. Ja. Dürfen Sammy und Tina mal deine Haare stylen? Jo... Keine Ahnung. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ähm... Was ist dein Lieblingsauto? Audi oder R8? Äh, Audi, R8 oder Mercedes? Ich bin doch bei Audi lieber der Fan. Und ja, Berlin oder Köln? Ich sag Köln. Apparat oder Leon Machère? Maher. Leon Machère ist halt eine der lustigsten Personen, die ich kenne. YouTube oder Snapchat. Ja. Ich bin ja bei YouTube öfter drauf als Snapchat. Mein Lieblingsfilm ist Fast and Furry 7. Und Lieblingslied ist No Marnie von Jakob Tilberger. Und zeigst du uns auch, wie du Musicalis machst. Nein. Was machst du denn in deiner Freizeit? Äh, entweder gehe ich halt zum Training. Ist jetzt Freizeit so gesagt. Ist ein Training Fußball. Ich bin doch in der Freizeit halt Fußballer und bin auch mehr gern mit Freunden draußen. Viertens... Nicht viertens. Was ist deine dümmste Aktion gewesen? Was ist deine dümmste Aktion, die du je im Leben gemacht hast? Ähm... Das ist jetzt... Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich bin halt dumm. Irgendwas habe ich da schon gemacht. Aber ich weiß halt nicht was. Würdest du mal groß rauskommen? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Weil jeder YouTuber will mal rauskommen. Oder der YouTuber anfängt, will rauskommen. Und ja. Äh, kannst du eine Geschichte erzählen? Nur mit den Wörtern Sonne, Hand, Fotos und Kochen. Kochen und Strand. Ähm... Es war mal eine Sonne. Die hat einen Staubsauger in der Hand. Schießt da ein Foto am Kochen... Also beim Kochen. Und dabei am Strand. Irgendwas war da irgendwie schon falsch. So. Wie kam es auf YouTube? Ähm... Ich kenne einen guten Freund, der YouTube machte. Und der hat halt aufgehört damit. Und auf jeden Fall wollte ich den weitermachen. Und ja... Also ich wollte nicht weitermachen, sondern mitmachen soll YouTube. Und warum machst du YouTube? Wie gesagt, das war gerade die Erklärung. Ähm... Warum ich YouTube mache. Und ja. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Was ist deine Lieblingsfarbe? Milch. Und schwarz und so. Aber schwarz ist ja keine Farbe, man muss ich sagen. Alle, aber... Willst du... Was willst du werden? Ich weiß es gar nicht, wie ganz genau. Und... Wie viele Abos willst du mal schaffen? Ähm... Viele. Und auf jeden Fall mein nächstes Ziel wäre... 50? Glaube ich. Ja, 50. Und ja. Glaubst du, dass du mal die eine Million schaffen willst? Ist... Ja und nein. Kommt drauf an, ob ich YouTube weitermachen werde später oder nicht. Und ja. Nächste Frage ist... Ähm... Hat dein YouTube-Name für dich eine Bedeutung? Ja, es gab es Freunde, die sich auch so genannt haben, aber nicht direkt so lag. Crazy Boss und so ein Kack. Das ist mein kleiner Bruder. Willst du auch ein paar Fragen machen? Okay. Ne. Was für... Was für YouTube-Videos willst du mal machen? Und ich werde halt, glaube ich, auch challenge uns mit meinem kleinen Bruder spielen. Äh... Ist mal ein Zocken, die Jünger. Wie verpüßt dich, wenn du zockst. Wir mögen uns. Wir mögen uns ganz... Ganz lieb. Ganz lieb sind wir. Was ist jetzt mit der Latte? Wie alt bist du? Ich bin... Ich bin... Fucking 13 Jahre alt. Ich bin 13 Jahre alt. Ja, manche fragen sich wahrscheinlich, warum machst du jetzt schon YouTube? Ja, ich mach halt YouTube. Warum? Es ist mir meine Sache, warum ich mach. Aber es ist auch kein Problem. Wie heißt du richtig? Radmann? Ich würde mal sagen, wenn es jetzt für dir gefallen hat, lasst ein Like da und macht einfach gar nichts. Gar nichts. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Äh, kommentiert in den Kommentaren, was ich jetzt nicht das machen soll. Und ja, das ist halt der zweite Teil von Q&A. Und wenn ihr ja noch nicht abonniert seid, wirklich mich... Ich würde... Ich würde mich freuen, wenn ihr... Ich... Ich... Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet. Und ja. Aber ich würde mich nur freuen. Put it down, n***o. Put it down. Get out, n***o. Get out. Bye. Spaß, Leute. Ich geh nicht. Ich bleib noch. Founder Norgeln. Tschüss. 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 Vielen Dank.